Hi liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu That's Not My Neighbor. Es freut mich, dass ihr so viel Spaß hattet mit dem ersten Video. Und ich würde gerne noch einmal hineinsehen in das Spiel für ein paar Minütchen. Und zwar nicht in den Arcade-Modus, den haben wir ja schon gespielt, sondern in den Nightmare-Modus. Da das ja alles noch nicht funktioniert. Der Nightmare-Modus, wie ihr sehen könnt, ist nicht für neue Spieler. Ich habe sie aber schon mal gezockt, also probieren wir es einfach mal. Die Doppelgänger töten sofort mit, wenn man sie reinlässt, nichts wie beim letzten Mal, wo man erst am Ende, wo die da durchgelaufen ist und sie mich dann gemolkst hat. Chester ist zurück, Chester ist böse. Das ist ein Clown, der in so Kartenspiele spielt mit einem. Und etwas ist falsch mit den Nachbarn. Ich glaube, das bezieht sich darauf, ich habe es glaube ich im Online mal gesehen, dass auch die Nachbarn quasi so Dämonen sein können. Das ist das nicht mehr so ein Getaway, so ein Giveaway ist, wenn man dämonische Features sieht. Der ist anders, ist der letzte Film. Ja, Albträume sind typisch. Ist der Nightmare-Modus ein Umgang mit unseren Albträumen? Der schaut nicht aus, wie du viel schlafen. Der schaut nicht gut aus. Ist aber wichtig, eine gute Message. Such dir Hilfe, wenn ihr Probleme habt. Ist genauso wie eine körperliche Verletzung behandeln. Okay. Ich weiß, wie es läuft, ja. Nein, wir schalten übrigens ab, so. Oh, grüß dich. Oh, shit. Es war eh gesperrt. Oh, okay. Ja, my bad. Ich habe Falschtaste gedrückt. Plägen. So, das war mein Fehler. Oh, brr, 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 brr. I know the drill. Ja, genau. 3, 3, 1, 2. Da ist der Knopf. Alles ist blutig. Da sind Augen. Behold me, mortal. Genau, jetzt kann nämlich sein, dass die hier wohnen. Drugia Fleuretti. Von Residential Ice Recycler. When I broke the Nightmares. Aber das heißt nicht, dass sie jetzt automatisch nicht rein darf. Das heißt nur, dass sie jetzt gar nicht so easy ist zu erkennen, wer sie ist. F01, 1. Drugia Fleuretti. Nightmare Designer. Hilfe. 24 Finger. 15. 6. Ja, das stimmt. Xes, Xetsbet, Xerbet. Many eyes, small nose, wears earrings, hands on the head. Ja. Auf der Liste. Ja, du bist auf der Liste. Alter, diese Leute. Hey, das ist, äh... William Afton. Check this. The ID. Haben wir keine. Appearance. Passed entry request. Passed. Is of today's Liste. Ah, ID. So. 4 Zehen im Mund, Kinn, Nase passt, Augen passen auch. Ja. Das ist die... Das ist die... Was ist da? Nein, nein, nein. Kommt rein. Hoffe ich mal. Beats me. Hoffe das stimmt jetzt. Oh. Was? Was waren die jetzt? Falsch? Wrong nose? Na, jetzt komm ich da gleich. Ah, ja klar. Greetings, Human. Hallo. Chognaforn. Aha. Chognaforn. Chognaforn. Alter, ist das schwierig. Also, die ID-Nummer beginnt mit 4, 5, 6, 9. Dann haben wir 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. Das sollte passen. 8, 9, 6, 3. 8, 9, 6, 3. Ja. Dann hat Chogna einen Brüssel, ein Tattoo. 2, 2 Stoßzähne und große Ohren. Das stimmt auch auf jeden Fall. 1, 2, 3, 3. 2, 3. 2, 3. Dann hat man die Mase. Ja. 3, 3. 4, 3, 4. Ja, die Nase stimmt auf jeden Fall. Wie ist er? Aber ich hätte ihn jetzt auch reingelassen. Das sieht ja auch okay aus, ne? Sterbe ich gleich wieder. Ich weiß es schon. Falsche, falsche, falsche Haut über den Augen. Nein! Lol! Gut. Greetings, Human. Grüß dich du. Barbatos Barabam. Der wohnt in 102, anscheinend. Das mal weg. Barbatos Barabam. Ein Menschenjäger. 15 Hörner. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 17, 18, 19, 16, 18, 20, 18, 20, 21. Kleine Nase. Und drüber so drei Dinger. Ja. Zwei Tattoos. So ein JG Big Teeth. dass der smaller ist das auch, du stehst allerdings auf der Liste du hast keine ID Dann 3 Wann so 3 Wann so 3 ok Spann dich mal Schon relativ viel an einem Matchen Sollts aber auch Jetzt habe ich seine ID. Passt auch. 8966 8966 8988 8966 8966 8966 Das passt auch. Der bringt mich jetzt um. 100%ig. Da war jetzt irgendwas falsch. Ja, ich wusste es. Aber was war falsch? Lol, bin ich schlecht. Ach, die bist du gar geprüft. Oh Gott. Ich habe es mir nicht richtig gemerkt. So. Jetzt nehme ich mir einen Zettel. So. Einmal probiere ich es noch. Jetzt nehme ich mir einen Zettel. Ja, ich habe einen Ode Drill. Oh shit. Pardon. Ganz kurz. Äh. Okay. Du siehst absolut creepy aus. What the fuck? Bist mit dir eigentlich falsch? Bist du mit dir eigentlich falsch? Okay. Wer bist du? Du stehst auf jeden Fall mal nicht auf der Entry-Liste. Du bist Dr. Kromquach. So, da gehe ich jetzt kein Risiko an. What the fuck? Wie willst du? What the fuck? 03, 04. Dag-Dag-Kromquach. Soul Scarecrow. Gut. Yeah. Mouth Stitches, ja, aber welche, äh, Strich Strich X Strich, ja, Big Head, ja, Where's a Mask, ja. Nasendöcher, ja, die Wirbel mit den Augen, da haben wir die Brisse drin, dann die Haare, ja, aber du stehst. Ah, warte mal, äh, 304, 9, 6, 5, 8, passt, 4, 5, 8, 6, passt, 3, 2, 1, dann passt auch. Das passt auch. Aber du bist nicht auf der Liste. ID passt, Appearance passt, du bist nicht auf der Liste. Du darfst ja rein, du bist, du wohnst ja hier, oder? Oh, richtig, ha! Greetings, Human, greetings, wer immer du bist. Du bist, äh, Schub-Nigorat, ah ja, äh, eine Lovecraft-Figur. Mrs. Nigorat, lead it, lead it, do, lead it, geil. Äh, okay, Schub-Nigorat. So, Schub-Nigorat, 0203, Apartment ist Nummer 03, on the second floor, das stimmt. Schub-Nigorat. Schub-Nigorat. Ja, so ein Pseudo-Herz hat. Pseudo-Herzi, ja. Kleine Nase, so eine... Nium-Nium-Nium-Nase, nium-Nium-Nium-Nase. Ja, ist so eine Medusa. Bix mal, ja, sieben Schlangen. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, ja. Sieben Schlangen, ja. Runder Hut, also, runder Kopf, nicht Hut, Digga. Ja, aber du hast keine... Also, die ID ist nicht da. Ja, Digga, das haben wir. Da ist deine ID, okay. Eins, fünf, sechs, acht, ja. Neun, vier, sieben, fünf, ja. Fünf, zwei, drei, sechs, ja. Ist doch nicht abgelaufen. Das muss da stimmen, die Schlangen stimmen. Stimmt, Mund, stimmt. Ja. Du kannst ja rein. Ich sehe hier irgendwas falsch gemacht wieder. Zwei nacheinander kann einfach nicht gehen. Ja, ich wusste es. Was habe ich falsch gemacht? Ach du Scheiße, ist der Modus schwer. Junge, Junge. Wieso, 1981. Hat doch gepasst, oder? Ah. Hallöchen. Wer bist du? Anasaret Anasarel. F0104. An der Liste bist du schon rein. Du kriegst, hast du. Allerdings wird mir dir eine ID. Das ist hier. Stift. 4356, 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 0, 3, 69. Rennt das aus. Passt vom Datum auch. So gesagt, 1, 0, 4. Nazaret Anasarel. Small Pointed Nose. Ja. Na shit, falsch. Ja. Siebenhörner. Na, sollen schon 7 sein. Ohrringe, Zähne. Breite Tues. Ich glaube, letztes Mal mit den Zähnen einfach nur 7 haben. Bild auch nicht. 4356, 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ich hätte dich jetzt reingelassen. Sie hat ja eine ID. Hm, das ist ein Spiel zum Reinknobeln. Ah, sehr gut. So weit war ich bis jetzt immer. Du bist dieser Isanami Yomi. Genau. So, bei dir ist jetzt sicher irgendein Fehler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwei nacheinander passen. Ist das ein Face Distort? Oder vom, vom... okay wo uns hast du gesagt 0304 ah, der wohnt da mit ihm drin die Forms Faces 2, 3, 5, 6 8, 9, 9, 8 6, 5, 3, 2, ja lange Haare, große Nase lange Haare, große Nase ja, das macht Sinn rundes Kinn, blasses Gesicht rundes Kinn, ja es ist wieder falsch aber ich hab nichts gesehen was nicht passt außer das mit dem Ablaufdatum was check ich nicht sicher nicht gepasst jetzt mordet mich wieder ja, ich ich bin zu schlecht in dieses Spiel jetzt ist aber auch genug es hat jetzt schwer nicht gepasst wahrscheinlich kann der Pass nicht so lange ausgestellt werden wrong eyes wird nicht gesehen na gut das war's jetzt mal für that's not my neighbor nightmare mode ihr seht können tue ich's nicht ich hab auch das Spiel seit dem ersten Video und noch nicht nicht nochmal gezockt ähm wenn ihr noch mehr davon sehen wollt entweder ein paar Videos aus dem normalen Modus oder nochmal den Nightmare Mode einfach melden ansonsten hoffe ich mich mit euch mit dieser Reihe einen Einblick in das Spiel äh gewährt zu haben äh macht es gut habt noch viel Spaß mit diesem und anderen Videos wir sehen uns ciao ciao ein paar Mal